Okay, vielleicht, damit sich die Minister raustrauen, können wir ihnen ja nochmal unseren Mut-Slogan entgegenrufen. Mut zu Agrarreformen, 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 Mut zu Agrarreformen. Und ich sehe, manche Leute sind hier dem Campact-Aufbruch gefolgt und haben ihr Lieblingsobst oder Gemüse mitgebracht. Und ich möchte jetzt mal in die Runde fragen, wofür steht denn ihr Bündel Möhren? Für meine Lieblingsmachtfrau, auf dem hier noch herrscht, die uns immer ganz schönes Gemüse bringt und ihr Land versucht gut zu bewirtschaften ohne viel. Aber der Bienen, der ist noch wichtiger, gegen Bienen sterben schon seit 5 Jahren. Ich bin 15 Jahren im Einsatz und unser Lieblingshonigverkäufer hat viele Bienen schon gerettet, aber es wird schwer. Ja, wie schön, das ist ein Teddy im Bienenkostüm. Vielleicht halten Sie den nochmal hoch, damit den viele sehen können. Ja, gehst du mal da vorweg. Und ich habe hier hinten noch etwas gesehen, das war ein Wirsing. Warum haben Sie den Wirsing mitgebracht? Ich habe den Wirsing mitgebracht, weil ich gerne einen Topf esse. Und ich gerne einen Topf esse mit vernünftigem Gemüse, aus vernünftiger, richtiger Anwuchshaltung und aus vernünftiger Tierhaltung mit Fleisch esse. Und ich freue mich, oder ich hoffe, dass wir in Zukunft Erfolg haben werden mit unseren Bemühungen für eine Agrarreform. Ja, danke, genau.